Jo Leute, wir sind back, Dave Mabea von Arcanto Krüller Und, ja, das ist unser Lieblingsbot Allein von der Epilomia müsste es eigentlich viel schwächer sein, als Diablo ist es leider nicht Als Diablo, ja klar, das müsste eigentlich von der Epilomia viel schwächer sein als Diablo, als Arcanto Krüller Als Anna, boah, wir haben wieder mal meinen gesamten Atten Und, ja, jetzt geht's weiter hier Hier noch die Objekte Für die Objekte, wir haben noch unter anderem Schockfallen dabei Oh nein, da hast du halt welche dabei Ja, mein Stück Zahnig Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt nicht in der Box sein Wilde, schwarze Horn Lange Wilde, lange, klebrige Horn Ja, diese Cola Nein Nach der Quest vielleicht etwas Cola von mir haben Ich starte diesen ultracoolen Beat Wo gibt's hier einen Graus? Warte Ich hatte einen anderen noch coolen Beat Wo bist du eigentlich da? Wieso wusstest du eigentlich da am Anfang in diesem In diesem Oberrück Ja, also auch kein Getränkchenfutter Ich glaub, ich hoffe ihr hört was von dem Sound, weil es ist ziemlich behindert schwer Gleichzeitig den Ton von der PSP Und unsere beide Gespräche aufzunehmen Weil theoretisch müssen wir quasi auf dem Schoß sitzen und dieses Mikro unter den Arsch schieben Und diese PSP aus Das könnten wir ja Nein Ja, das haben wir heute getan Nein Scheint bestimmt und ein Typ ECHT, oh Gott Ja Das ist so cool echt Boah Alles kommt hier gleich Einmal zum Mikro rauskommt So viel cool Da Das ist so cool Da Das ist so cool Das ist so cool Das ist so cool So wenn's in der Fall Wenn's in der Dingens drin ist Auf die Flüge Auf die Flüge Sonic-Bomb dann immer auf die Flügel Was hier grad Wo ich grad nicht treffe Eine dritte war halt echt schwer Wenn man erst mal aufhört kann man den hinten nicht entdrehen in die Gespanntheit drauf Buh Oder halt hinten in diesen Anus ähnlichen Gegenstand Ich weiß nicht was es genau sein soll Ich weiß nicht was es genau sein soll Vorsorge von diesen Monstern, es hat richtig Power drauf Am besten trifft durch gar nicht Das trifft durch gar nicht Ähm Ich hab ja mal gekonnt durch Dave auch Yes, denn Dave ist der Beste Ja Sie sieht auch aus Ja, wir sind so wunderschön Sie sieht ja auch Er nimmt einfach stehen mit Lichtgedächt Ich muss aber kumtun Das war geplant Ja, dass ich dann nicht getroffen werde Von mir geplant werden Ja Jetzt ist es schon ausgerastet das halt Das war jetzt ein Fail Mhm Darauf zu lügen Ja 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 Das ist so wieder Ja 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 Du Das ist ein Riesenvieh. So abartig. Ich will voll kein Glück mit diesem Monster. Ich würde sagen, es ist monströs. Ich glaube, ich bin der Kiddy. Ja. Monströs. Das ist ein Morg. Ich trage ein Megatruck. Nichts wird hier geschrien. Es ist nicht mehr ausrastet. 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 Ja. Es war durch Absicht, dass ich dann getroffen bin. Denn ich bin grün. Das ist wie ein bisschen mehr Spannung. Ja. Dass ich die Mache nicht riefreffen muss. Ein hewigler Schokolade. Ah, fuck. Ich schaue gerade so um auf den Bildschirm. Ob die sich aufnimmt und so. Auf einmal plötzlich unter dem Teil. Das monströse Biest. Komm zu Britz. Nein, doch nicht. Change Gebiet. Wir sehen uns gleich wieder, meine treuen Kumpanen. Bis dahin. Ich wohl. Oh, verdammt! Aber er ist schon da. Und ich hatte gerade auf mein Problem. Mein Kabel gerade abgesackt. Und ich muss jetzt erstmal hier hinlaufen. Hier ist das mit dem λ. Hier muss man Kalkgetränk übrigens futtern. Weil sonst hier der schleimigen Wüste geprutzelt wird. Ich haus doch aus. Nein, ich glaube es zu meinem Ladewitzschirm. Ist es nicht. die Gäste ist vorgabend auf die Dauberflüge bei Kanzlerin wir dürfen uns eingehen Armbus für Stuttgart an den Börs die Gäste nicht abends mit was ist er gut dadurch kann die Waffe noch gesteckt Prozent im Rund als übel da ging man ja auch dort hin die Gäste sind da auch bis zu und die 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 vor der Klinik zu erzeugen die die Hälfte der Klinik die 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 wird so schuldig herkommt die Kultus und Bild das gibt es noch mal die dort die Becker der Schock vor Ort Verlatsbrühe und es gibt die Kultusen Schock für sich Musik die Leute sind da unten es hält so ein das ist ein Schaustausch aus der Schuhe sie sind auch so effektiv nicht nicht und sie vor allem Doppelfeld mit Schockfall Oh, es hat mich nicht zum Teil getrefft.